Was ist ein Cochlea-Implantat? Ein Cochlea-Implantat ist eine Hörhilfe, bei der das Innenohr umgangen wird. Cochlea kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Schnecke. Damit verbinden wir Mediziner den Ausdruck für das Innenohr, dort wo das eigentliche Hören stattfindet. Und es gibt viele Erkrankungen, die im Laufe des Lebens oder aber während der Embryonalentwicklung dazu führen, dass diese Cochlea nicht funktionsfähig ist. Wenn man das dann festgestellt hat, kann man ein Implantat in die Cochlea einführen. Und bei einem Cochlea-Implantat werden die akustischen Reize in elektrische Reize umgewandelt, die dann direkt über das Implantat, das in der Hörschnecke liegt, auf den Hörnerven übertragen werden. Das ist ein Cochlea-Implantat.